Ich schminke mich jetzt mit diesem neuen Filter. Als allererstes kommt natürlich Primer. Jetzt kommt Foundation. Übrigens benutze ich natürlich keinen Spiegel, sondern nur diesen Filter hier. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich null verblendet. Als nächstes kommt Concealer. Das ist auf jeden Fall easy. Auf die Nase noch ein langer Strich. Stellt euch mal vor, ich hatte wirklich so einen großen Mund. Würde auf jeden Fall einiges reinpassen. Wap, wap. Bei der Stirn funktioniert das Ganze richtig gut. Nase ist auch easy. Blatt ist jetzt auch aufgetragen. Abpudern. Es wird richtig schwer. Eyeliner. Das Ganze ist überhaupt nicht einfach. Egal, einfach anderes Auge. Dieser Eyeliner sieht sehr schlimm aus. Jetzt kommt nur noch Mascara. Das sollte auch kein Problem sein. Seid ihr bereit für das fertige Ergebnis? Tada! Also so schlimm finde ich es gar nicht. Teなた immer wieder aus. Bis zum nächsten Mal.